Ja, wie kommt man zu so einem Thema wie der Schlafmedizin? Mir lässt sich das leicht beantworten, so viele Leute plötzlich an einem Ort enden, wo sie sich nie hätten vorstellen können. Ich bin durch die Liebe zur Schlafmedizin gekommen. Ich habe vor 40 Jahren eine Studentin kennengelernt, die da ihre Doktorarbeit gemacht hat. Und die hat mich dann da inspiriert. Und das war 1984. Und durch sie bin ich dann eigentlich in die Schlafmedizin reingekommen. Ich fand das spannend. Ich habe damals als Journalist gearbeitet und habe dann sozusagen mich an dem Thema festgebissen und da Artikel drüber geschrieben und bin so dann auch in die Schlafmedizin reingekommen. Ja, ich habe die Waldners kennengelernt in der Eurag in Bozen, wo ich als Wissenschaftler tätig bin. Und man kann ruhig sagen, die Chemie hat sofort gestimmt. Da muss ich ja zu erwähnen, dass natürlich meine Vorgeschichte so ist, dass ich auch einmal selbst Kliniken aufgebaut habe. Und da hat man natürlich viele gemeinsame Erlebnisse und fühlt sich irgendwie gleich miteinander verbunden. Und ich empfinde das Klima hier vor allem auch mit der Innovationskraft, die von der Melitta-Klinik ausgeht, auch mit diesen technischen Entwicklungen, die hier gebaut werden. Ich finde das das ideale Klima, ich fand das das ideale Klima, um hier auch selber tätig werden und eben auch mein Wissen in Bezug auf die Schlafmedizin mit einzubringen. Ja, ich habe mehr oder weniger, das war Zufall in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre saßen wir in einer Küche in Chicago bei einem Freund zusammen und hatten gesagt, die Fragebögen, die es derzeit gibt, ohne Schlafkrankheiten zu diagnostizieren, vor allem die Schlafapnoe, mit denen waren wir nicht zufrieden. Und dann haben wir vier Freunde quasi einen neuen Fragebogen entwickelt, der dann abgestimmt wurde mit mehreren Allgemeinmedizinern, Hausärzten, wie die dazu stehen und wie die das sehen. Und aus diesem Fragebogen hat sich dann der weltweit meist angewandte Fragebogen für die Schlafapnoe, der sogenannte Berliner Fragebogen, entwickelt. Und darauf bin ich natürlich besonders stolz. Fast im gleichen Jahr war es so, dass mich ein Freund gebeten hat, ob ich mich um eine Zeitschrift kümmern kann, die sie eigentlich für Patienten herausgegeben haben. Die hieß damals Atmung und Schlaf und ich habe diese Zeitschrift genommen, daraus aber eine Fachzeitschrift entwickelt. Und durch Zufall bin ich in New York mit dem Thieme Verlag in Verbindung gekommen, später mit dem Springer Verlag. Und das hat sich die damals drittgrößte und wichtigste schlafmedizinische Zeitschrift, Sleep and Breathing, entwickelt. Und die geht jetzt dann ins bald 35. Jahr. Und da auf diese Zeitschrift bin ich natürlich sehr stolz. Ich habe so einen Leitspruch, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch Hubraum. Und ich finde, in der Medizin ist da gerade heute Erfahrung durch nichts anderes zu ersetzen als durch Erfahrung. Es gibt natürlich wenig Schlafmediziner, die schon 40 Jahre am Buckel haben, wenn ich das so sagen darf. In der Schlafmedizin, das habe ich natürlich viele tausend Patienten gesehen. Und diese Erfahrung, das ist das, was ich den Patienten zugutekommen lassen möchte. Und vor allem, ich möchte mir auch für die Patienten Zeit nehmen. Also viele Sachen bekommt man doch nur dadurch raus, dass man halt einfach ein längeres Gespräch führt, eine längere Anamnese. Und mit dieser Zeit, die soll den Patienten zugutekommen, dass wir auch verschiedene Aspekte ansprechen, die den Schlaf bei den Patienten beeinflussen können. Gospelbecause Departes Und mit dieser Anamnese. Besch dessus